Was steht bei dir heute an? Reden. Der Stammtisch ist auf jeden Fall am Start. Ingo greift wieder an. Ingo trainiert immer sehr gut auf Muskelgefühl, das sollte ich auch mal lernen. Hier wird sehr konzentriert gearbeitet. Für dich heute. Lass den Körper hergeben. So sieht es aus. Das ist Nicole. Hallo. Das ist unsere Franzi. Ich bin Julia. Ich heiße Rainer Stimmler. Ich bin Xenia. Ich bin der Marc. Ich heiße Vanessa. Ich bin Luca.